Unsere Mission ist die Bergung der Mars-Kapsel. Ich sehe sie. Stell das auf Instagram! Wir haben hier den ersten Beweis für Leben auf dem Mars. Alles Muskeln und Gehirn. Sieh nur, wie schnell es wächst. Dieses Wesen hat den Mars vor Millionen Jahren ausgelöscht. Es ist draußen und stört die Kommunikation zur Erde. Wie intelligent ist das Ding? Was ist da los? Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Wesen nicht auf die Erde gelangt. Wir überleben den Wiedereintritt nicht. Aber das stinken könnte.